Willkommen zurück zu einem brandneuen Part hier bei Familie Winter. Wir sind, wie ihr sehen könnt, in einem weiteren neuen Haushalt. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen haben sollte, darf dies gern nachholen. Oben beim i, wir waren letzte Folge bei Emilia und ihrem Henry. Es geht um Strangerville, Geheimnisse, die sie beide aufdecken möchten, die beiden. Und heute sind wir bei Familie John und Linda und der kleinen Sixana. Wir sind in Urlaub gefahren, habe ich jetzt ganz, ganz spontan entschieden. Ich dachte mir, komm, was können wir mit den beiden machen? Es ist Wochenende. Ich dachte mir so, als Familiending können wir doch einfach in Urlaub fahren, ein bisschen Zeit zusammen verbringen, uns näher kennenlernen. Und die Familie ist soweit auch schon wach. Und zwar unsere Linda ist am Frühstücken bzw. am Frühstück servieren. John ist kurz auf die Toilette gegangen. Die Kleine ist noch am Schlafen und ich finde sie so, so süß, unsere Sixana. Ausgewählt Rührei mit Speck, genau. Das gibt es zum Frühstück. Und wir lassen uns einfach ein bisschen überraschen, was wir hier so machen. Und ja, ich hoffe, du freust dich auf diesen Episode. Hast dich sehr über den letzten gefreut. Hattest Spaß da dran. Und würde sagen, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei bei John, Linda und Sixana. Ja, bei Emilian Henry habe ich schon mal eine kleine Ankündigung gemacht, für die, die das nicht mitbekommen haben sollten. Wir sind jetzt offiziell in der dritten Runde im zweiten Haushalt von den sechs Stück. Es sind immer rein durch sechs Haushalte, die wir routiniert durchgehen. Die letzten Male habe ich abstimmen lassen. Diese Runde habe ich gesagt, da ich später bei dem vorletzten Haushalt gerne eine Ankündigung machen möchte. Hast du auch nach dem Essen direkt, hast du zum Essen auch direkt gerufen? Dann würde ich sagen, guck mal hier. Aber wir haben gar keinen Hochstuhl. Das haben wir jetzt mal direkt geändert. Ich würde sagen, wir setzen die kleine Mausi hier ab. Und dann geben wir ihr auch eine Portion von Linters Frühstück. Genau, zurück zum Thema. Es gibt eine Neuerung für die rein theoretisch vierte Runde von Familie Winter. Aber ich möchte da jetzt noch nicht so viel verraten. Aber sei gespannt, falls dich interessiert. Da ist die Naomi. Hallo Mama, wie geht's dir? Bist du auch in Urlaub gefahren? Oder bist du einfach so ganz spontan hier angewatschelt gekommen und dachtest dir, du guckst jetzt einfach mal, was hier so abgeht? Und da ist auch die Angela, ne? Ja, da ist die Angela von der Christa der Sim. Aber sie hat leider keine Schuhe an, die Süße. Ich hoffe, die kriegt keine blauen Füßchen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass wir heute in Urlaub gefahren sind. Und die beiden hatten gestern ein Tächtelmächtel, was der Linda jetzt an sich gefallen hat. Aber sie war nicht so sehr zufrieden, da ihre Tächtelmächtelfähigkeit noch nicht sehr hoch ist. Heißt, wir müssen hin und wieder mal ein bisschen mehr Tächteln mit den beiden, damit die Fähigkeit aufgebaute wird. Auf jeden Fall, die Linda hat gefrühstückt. Du müsstest auf Toilette und dann könntest du auch duschen gehen. Okay, die kleine Maus habe ich jetzt gerade geweckt. Die darf dann frühstücken mit ihrem Paps. Und ja, die Sixana haben wir in der zweiten Runde offiziell zu uns als Pflegekind aufgenommen. Adoptiert haben wir sie. Oh, jetzt bin ich unsicher. Moment, lasst mich nicht lügen. Haben wir sie adoptiert schon? Doch, wir haben sie adoptiert. Genau, das ist der Stammbaum übrigens von Familie Winter. Wir haben die Mama hier drin. Den Papa leider nicht von der Naomi, aber der Jerry hier ist drin. Und da sind die beiden Mädels. Die Süße hatte Geburtstag. Und das sind alle Geschwister. Und ja, es ist offiziell, also sie ist adoptiert worden. Heißt, sie ist Naomi's Enkelin. Und wir haben sie als Adoptivkind jetzt adoptiert. Genau, also sie ist uns offiziell unsere Tochter. Und ich finde sie so, so, so süß, die kleine Maus. Wir wollen natürlich auch ein bisschen Schlitten fahren. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe hier draußen schon Snowboards hingelegt. Ich bin mal gespannt, ob wir die dann auch wirklich aktiv nutzen können, die Teile. Und ich meine, die setzen sich doch dann mit den Kleinkindern in diese Plastikdinger, sage ich jetzt mal. Ich meine, das geht automatisch so. Dann würde ich sagen, kannst du ihr mal hier Portionen für Sixana geben. Nehmen und geben und sagen, ja, ich habe Hunger, Papa, gib mir bitte was zu essen. Das riecht so lecker. Wo wir direkt hier Aktivitäten durchführen können. Und da ist sogar unsere Sophie. Da ist die kleine Maus. Da seht ihr sie jetzt auch nochmal live. Das war wirklich gut Glück, dass ich bei Familie Winter rein bin. Ich hätte nämlich beinahe ihren Geburtstag verpasst, weil ich die eine Einstellung nicht vorgenommen hatte, die ich euch gezeigt habe das letzte Mal. Sollte man unbedingt machen, wenn man mit mehreren Haushalten in einem Spielstand aktiv spielt. Sonst machen die Sims ein bisschen, was sie wollen. Okay. Die Linda hat hier Schwindelgefühl, weil sie Prämenstrual-Symptome hat. Okay. Sie kriegt bloß du deine Schuhe. Ach so, weil ich es ausgestattet habe, dass ihr Schuhe tragen müsst. Genau. Okay. Ich würde sagen, die Süßen essen jetzt mal fertig. Anzug bzw. seinen imaginären Schneeanzug. Ah, die Linda ist ein Newcomer. Und macht es euch Spaß? Ja, oder? Sehr, sehr verdient den Urlaub haben sie sich. Ich finde, so ein Urlaub ist immer sehr schön. Oh, wir haben Rechnungen bekommen. Okay, die müssen wir dann auch noch bezahlen. Okay, Rechnungen sind bezahlt. Ja, ja, ich weiß. Hier. Möchtest du auch einen Schneemann bauen? Komm. Mal gucken, wie der Schneemann aussieht. Bin schon sehr, sehr gespannt. Und die Kleine hat voll ihren Spaß. Ich finde es schön. Ich habe zwar gesagt, ich möchte es langsam angehen damals. Auch mit den Paten, die noch dabei sind. Dass wir langsam anfangen. Was? Was? Rationale Sims angefreundet. Würdest du im Hinblick auf Sim-Präferenz sagen, dass John rationale Sims mag? Ich glaube schon. Ja. Ach, der ist ja süß. Und da wird er von der Linda. Oh nein. Linda, wirst du krank? Das wäre aber gar nicht gut. Und da ist die kleine Maus mit ihrem Schneemann. Wie süß. Ich finde es voll putzig. Ich finde es total putzig. Ja. Nee, das läuft doch super. Kannst ihr mal helfen beim Schneemann bauen? Sag, hier Schatz, komm, ich helfe dir. Ja, die beiden sind auf jeden Fall total glücklich miteinander. Auch mit der Aktion, die sie gemacht haben, dass sie die kleine Maus adoptiert haben. Die Linda war erst so ein bisschen skeptisch. Die beiden haben ja schon von Anfang aus gemacht, wenn es um das Kinderthema geht, dass er der größere Part drin zieht. Weil er später auch noch studieren möchte und auch die Kindererziehung übernehmen würde. Dass sie in dem Sinn Karriere machen kann, sich um die Versorgung, finanzielle Versorgung in der Familie kümmern könnte. Denn sie ist Ingenieurin auf Stufe 4 und verdient 49 Millionen die Stunde. John hat seinen Babysitter-Kurs neben Job noch. Und ich finde es sehr lustig. Er verdient 1 Simulion weniger als die Linda. Und das wäre heute auch noch im Urlaub. Wir müssen mal gucken, ob das dann geht oder nicht. Aber jetzt wird erst mal der Schneemann gebaut. Nein, Schatz, nein, nicht zerstören. Nicht zerstören, dein armer Schneemann. Sie hat ihn einfach zerstört. Und dann guckt sie ganz, ganz engelsgesichtlich. Ich habe doch nichts getan. Doch, du hast unseren Schneemann zerstört, du kleine Hexe. Fiste runterdüsen. Los jetzt. Und John und seine kleine Tochter werden das auch machen. Aber im Schlitten. Uh, da sind sie. Uh, wie süß. Und? Linda, wo bist du? Oh nein. Ich habe es voll verpasst. Linda hat sich ein Snowboard in der Hütte geliehen, aber es ist nicht besonders hochwertig und bietet kein gutes Fahrgefühl. Kauf am Verkaufsautomaten allerlei ein neues Snowboard für sie. Ja, ich habe ja eigentlich ein Snowboard dahin gelegt, aber irgendwie wollen sie das nicht nutzen. Da sind die zwei. Schaut sie euch an. Nochmal zu fahren. Oh nein, die beiden sind rausgefallen. Geht es euch gut? Alles okay? Sagt John. Nichts passiert, kleine Maus. Nichts passiert. Aufstehen und weitermachen. Und es wird erst mal gepupst. Oh Gott. Wie geil. Es wird erst mal gepupst. Süß. Okay. Okay. Sie macht sich hier bereit und geht in die Pose und fegt in einem Affenzahn die Piste runter. Und ich hoffe, du... Oh nein. Sie ist schon wieder abgeschmiert. Okay, gut. Ich wäre wahrscheinlich die ganze Zeit nur auf dem Boden rumgeflogen. Ich kann das gar nicht. Ich kann zwar Schlittschuh laufen, meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut. Jetzt nicht wie eine Eiskunstläuferin oder so, aber ich bin sehr sicher auf dem Eis. Aber mit Snowboard und Ski habe ich es nicht am Hut. Wie ist das bei euch so, wenn ihr im Skiurlaub seid? Beziehungsweise wenn ihr einfach irgendwo im Winterurlaub hinfahrt, wo dann Schnee liegt. Fahrt ihr Ski? Fahrt ihr Snowboard? Oder seid ihr dann eher am Spazieren, die Landschaft am Genießen? Wie ist das so bei euch? Das würde mich mal sehr, sehr interessieren. Pack dein Handy bitte weg. Los. Wir machen jetzt ein wunderschönes Ausflügchen. Linda geht... Wieso fährst du mit deinem Fahrrad als durch die Gegend? Darf ich das mal wissen? Oh nein. Trainingsbedarf wegen schlechter Snowboardleistung. Es gab ein paar gute Momente, aber alles in allem ist Linda nicht mehr mit ihr... ist Linda nicht mit ihrer heutigen Snowboardleistung zufrieden. Zusätzliches Training ist angesagt. Okay, warum machst du das dann nicht? Wieso trainierst du nicht? Und ihr zwei geht weiter, ne? Juhu. Die beiden machen es echt gut hier. Ui. Ja, endlich, ohne rauszufliegen. Guck mal, da ist die Mama. Hier. Kennst du die Naomi eigentlich? Hier, Liebhaben. Geh mal hin und sag Hallo Oma. Du bist ja auch hier. Wie schön. Wo ist denn die Sophie? Und der John geht natürlich dann auch zu seiner Mama und sagt, Hey Mom, voll cool, dass du hier bist. Dass du uns im Urlaub besuchst. So ganz spontan natürlich. Mit Baby prahlen. Was für ein Baby. Habe ich was verpasst? Ist die Linda schwanger oder was? Warum möchtest du mit dem Kind prahlen? Mit dem Baby prahlen? Um Hochzeitssegen bitten. Ach, wie süß. Mach dir mal ein von Herzen kommendes Kompliment. Sag Hey Mom. Der Jerry ist auch da. Leider ohne Schuhe. Bei mir sind so viele Sims leider ohne Schuhe unterwegs. So, jetzt aber. Zack, zack. Du schaffst das. Wir begleiten dich. Du fliegst nicht hin. Du schaffst das. Schau. Sehr gut. Hat doch gut geklappt. Wegbegeben. Okay. Okay, Johnny Boy will jetzt zur Unterkunft zurück. Pack dein Fahrrad bitte ein. Ich will die Fahrräder hier nirgends rumfliegen sehen. Der Jerry kommt jetzt zu dir. Oder wie macht ihr das? Und du siehst immer aus. Hast Spaß. Ja, oder? Okay, komm. Pack mal dein Tablet weg. Was möchtest du denn dann wünschen? Freundlich zu Linda sein. Bitten, ein Buch vorgelesen zu bekommen. Das können wir machen. Fantasiefähigkeit. Okay, das können wir dir natürlich auch gerne leveln. Möchtest du deinem Opi auch mal Hallo sagen? Komm, das versuchen wir mal als allererstes. Oh, du bist müde. Okay, du darfst dann gleich nach Hause, wenn du dich bei deinem Opa vorgestellt hast. Beziehungsweise, wenn der Opa sich bei dir vorgestellt hat. Auch wenn ich es jetzt bei ihr ausgewählt habe. Und ich sage dann, hallo Opa. Oh. Ah, jetzt. Okay, ich dachte jetzt schon gerade, er hätte sie abgewiesen. Das wäre nicht der Jerry gewesen dann. Ah, jetzt ist sie da. Jetzt fahren die als mit ihren Fahrrädern hier rum. Okay. John ist müde und hat sich erst mal hingelegt. Okay. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, bis die Sims sich ein bisschen erholt haben. So, die Süßen haben jetzt ein bisschen geschlafen. Knapp drei Stunden. Wir haben jetzt halb neun gleich. Und ich würde sagen, die Sixana, ja, die machen wir jetzt auch wach, weil sonst schläft die uns die Nacht wieder nicht. Ich würde sagen, ihr dürft mal alle aufstehen. Und wir setzen sie mal aufs Töpfchen. Jetzt hat sie ihre Schneeschuhe an. Bisschen verpackt ist es trotzdem. Oh, oh, oh. Wutbombe, Emotionsbombe. Linda schafft es nicht, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten. Sie bekommt unvermittelt einen Wutanfall und beruhigt sich dann schnell wieder. Okay, was ist hier los? Was ist hier los, Linda? Was ist passiert, wovon ich nichts weiß? Okay. Einfach, um sicher zu gehen. Eigentlich haben sie verhütet. Verhütet, die beiden. Werden wir trotzdem mal einen Schwangerschaftstest machen. Okay. Aber ich finde es so schade. Meine Patin, die Christa, die ist ja leider nicht mehr unter uns. Und die war ja Johns Patentante. Und die hat den John wirklich geliebt. Also die hat sich da wirklich viel eingesetzt. Beziehungsweise da mit mir ist in Kontakt geblieben. Hat sich Gedanken gemacht, wie wir das gestalten können, seine Zukunft so. Was er machen möchte, wie wir das versuchen umzusetzen. Und das jetzt alles so anzugehen, um Kinder zu kriegen. Und, ähm, ey, macht mich ein bisschen traurig. Auch jetzt, wenn der positiv sein sollte. Ich vermute es zwar nicht. Nee, okay, er ist nicht positiv. Okay, sehr gut. Dass sie da halt alles so aktiv das nicht mehr mitkriegt. Das macht mich ein bisschen traurig, muss ich sagen. So, wir sind jetzt gerade ins Onsen-Badehaus gegangen und wollen jetzt noch einen schönen mitternachts entspannten Abend uns machen. Ich würde sagen, du darfst jetzt mal hier nackt in die heiße Quelle steigen. Können wir die kleine Maus... Haben wir hier irgendwas für die kleine Maus zum Spielen? Okay, die kleine Maus, sie wird jetzt hier ein bisschen Fantasie üben. Ist drinnen im Warmen. Dann ist hier nicht kalt. Und unsere zwei Turtel-Täubchen. Was, was, was ist? Emotionale Ausbildung. Okay, sie ist total auf 180. Und wird, hoffe ich, jetzt in die heiße Quelle steigen. Nackt mit ihrem Schatz. Ich hoffe, wir sind alleine in dem Ding drinnen. Oder ob da jemand noch hinzukommt. Können wir eigentlich hier irgendwie was machen? Nee, wir können nur relaxen. Ich dachte, wir können hier noch so ein bisschen Blubberblasen machen. Ja, guck mal. Ich glaube, es wird schon besser mit ihr. Sie freut sich. Die Musik kommt ihr gut. Gefällt ihr. Was machst du? Tanzen. Hallo. Kannst du dich bitte hier hinsetzen? Jetzt, jetzt tanzt er dann nackig durch die Gegend. Oh, Johnny Boy. Small Talk mit Babyprallen. Baby Fotos teilen. Wir testen das jetzt mal. Mal gucken, was da passiert bei Baby Fotos teilen. Ja, wir sind hier halt auch ein bisschen nackig unterwegs. Akzeptiert es oder lasst es? Oder haben wir hier auch noch so ein... Nee, wir haben hier leider keine anderen Quellen. Okay, der John hat trotz Urlaub was bekommen. Und? Dass du dir Zeit für mich nimmst, bedeutet mir wirklich viel. Ich wollte nur, dass du das weißt. Okay, also die Baby Fotos haben sich scheinbar geteilt, würde ich jetzt vermuten. Wollt ihr ein Techtelmechtel machen? Hm? Komm, techtelt mal, dann geht es euch allen gut. Schmutzige Quelle. Wieso ist die schmutzig? Macht ihr da auch trotzdem eine Techtelmechteltonne, wenn die schmutzig ist? Sie freuen sich auf jeden Fall. Jetzt wird getechtelt. Und? Oh nein, da sitzt ja voll jemand. Halten Sie sich bitte mal kurz die Augen zu, meine Liebe. Sie sehen nichts. Wir versperren Ihnen die Sicht. Oh, oh, sie geht vorhin alleine. Okay, sie hat die Vibes gespürt, die die beiden durchmachen. Und die beiden machen sich jetzt noch ein bisschen romantisch hier. Und Kondom benutzen, bitte. Wir wollen ja hier erstmals verhüten, bevor wir hier weiter Familienzuwachs gründen. Und die kleine Mausi ist hier fleißig am Lernen. Aber sie ist auch müde. Heißt, wir werden dann auf jeden Fall den ersten Tag beenden. Wir sind, bis wann sind wir eigentlich im Urlaub? Wie viele Tage habe ich? Bis Dienstag sind wir da, genau. Wir haben meistens den Montag noch und den Dienstag haben wir noch. Und die kleine Mausi hat in knapp drei Wochen Geburtstag. Oh mein Gott, wie die Zeit vergeht. Heißt, wir müssen hier noch einen schönen Geburtstag planen. Oh, wir haben auch bald Gruselfest. Ich habe alle Familientreffen. Doch da habe ich ein Treffen eingebaut. Aber den Rest an Feiertagen habe ich noch nicht geplant. Auf jeden Fall sind wir im Herbst und der erste Urlaubstag ist rum. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der nächste Tag angebrochen ist, die Sims wieder fit sind und wir weitere spannende Dinge erleben können. Bis gleich. Und John, Linda, Sixana wünschen einen wunderschönen guten Morgen. Die Linda ist leider wieder total ein bisschen angepieselt wegen ihrer Periode. Sie bekommt ihre Periode und hat auch schon einen Tampon benutzt und ist dadurch total emotional und voll die Wutbombe. Also die kleine Mausi hier war schon alleine auf dem Töpfchen und hat sogar ihre Blasebedürfnis gefüllt. Hat jetzt eben hier ein bisschen mit dem Teddy gesprochen. Ich würde sagen, du kannst mit dem Teddy hier noch ein bisschen weitermachen und darfst dich dann mal im Anschluss mit dem Make-up-Kit beschäftigen. Die beiden sind jetzt zusammen am Kochen oder auch nicht. Ich glaube, das ging nicht zusammen. Es gibt so Pudding-Törtchen zum Frühstück. Und wir wollen uns dann auch mal die Karte ein bisschen anschauen, wo wir vielleicht... Oh mein Gott. Lösch es bitte. Kann jemand bitte das Feuer löschen? Lösch das Feuer bitte. Und du gehst bitte zur Seite. Geh zur Seite. Linda, wenn du Feuer fängst, dann schrei ich. Hat's geklappt? Okay. Das müssen wir jetzt leider ersetzen. Wer hat denn überhaupt Hunger von euch? Du hast Hunger. Die kleine Mausi hat Hunger. Eine Portion bitte nehmen. Genau. Die kleine Mausi wird jetzt noch die Interaktion ausführen. Dann wird gegessen. Und dann reisen wir endlich und schauen uns die Gegend an. Was wir noch so besuchen können, was wir machen können. Wir werden noch ein bisschen Schlitten fahren, ein bisschen Snowboard fahren üben. Und umarmt ihr euch jetzt? Ja, oder? Nein, du lässt bitte den fremden Mann in Ruhe. Ah, das ist der Daniel. Ich hab dich gar nicht erkannt. Entschuldigung. Der liebe Scanny ist bei uns zu Besuch. Ach, jetzt macht ihr das Make-up-Zeug. Okay. Oh, geil. Naja, okay, gut. Was erzählst du dem Daniel? Nee, gar nichts. Okay. Was ist? Kann die Folge noch schlimmer werden, als sie ist? Nicht nur, dass er jetzt krank ist. Jetzt wurde er geschminkt. Statt die Linda. Oh mein Gott, hier geht ja alles schief. Da ist, glaube ich, die Becky, ne? Ja, da ist die Becky. Genau, sag mal Hallo. So, aufräumen und dann geht's endlich los, oder? Hat die Linda sich jetzt was zu essen geholt? Warum geht hier jeder ein und aus? Kann mir das bitte jemand erklären, warum die Sims hier ein und aus gehen, obwohl sie das nicht dürfen? Kannst du bitte gehen? Das ist nicht deine Unterkunft. Hallo. Mister, du sollst bitte nach Hause gehen. Los jetzt. Ich zerstöre dich oder ich lösche dich. Mir ist das sowas von egal. Geh bitte. Okay. Er hat es nicht anders gewollt. Es tut mir leid. Und die Nächsten kommen. Leute, was ist an unserem Haus so besonders, dass hier jeder ein und aus geht, ohne dass er das darf? Ihr dürft euch gerne hier außerhalb der Wohnung aufhalten, aber hier geht keiner ran. Abschließend für jeden außer Familienmitglieder. Halleluja, war das eine Geburt. Oh mein Gott. Können wir jetzt endlich bitte los? So, wir haben es jetzt endlich geschafft. Endlich nachgefühlt. 150 Jahre sind wir jetzt endlich auf ein Grundstück gekommen, was ich, glaube ich, gebaut habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war für den Weihnachtskalender. Der Soap letztes, also vorletztes Jahr, glaube ich. Meine Dienstagsmorgens müssen wir auch schon weg. Kreis, wir werden den Resttag jetzt noch zusammen verbringen, werden die Sims dann in Ruhe nach Hause gehen und wir werden Effekte einstellen. Schneeflocken, genau. Das können wir mal machen. Partylichter werden wir auch mal machen. Oh, wie schön. Nicht hinfallen. Schön langsam. Er hat immer noch die Schminke von der Kleinen im Gesicht, wo sie ihn geschminkt hat. Und du spielst mit den Puppen jetzt, das ist doch schön, ne? Ich habe doch gesagt, dass ich hier bestimmt irgendwas für die Kinder hingemacht habe. Na, sie spielt jetzt ein bisschen mit den Puppen. Die Eltern fahren Eis, also Schlittschuh. Nimmt doch ein bisschen Gestalt an dieser Tag. Ein bisschen, nicht so viel, aber er nimmt Gestalt an. Können wir hier spazieren gehen zum Beispiel? Guck mal hier, das sieht so schön aus. Hier könnten wir doch bestimmt spazieren gehen, oder? Gibt es da nicht so eine Tafel? Oh, was ist das denn? Was ist das denn, Johnny Boy? Sich etwas wünschen. Man kann die sammeln. Wünscht dir was? Ähm, okay. Er fährt einfach zu diesen Geistern. Der Waldgeist scheint sich über den Wunsch von John zu amüsieren. Zunächst passiert nichts, aber dann spürt John etwas in seiner Hand. Ein einzelner Simulian. Wie nett. Und jetzt gehen sie weg? Schade. Aber das war ja cool. Die habe ich ja noch nie gesehen, die kleinen Dinger. Die sahen ja putzig aus. Wir können Wünsche aufschreiben. Ähm, schreibt mal einen Wunsch auf. Ohne uns zu verraten, was es für ein Wunsch ist. Wunsch aufschreiben. Kann die kleine Mausi das auch machen? Nein, ne? Das kann sie noch nicht machen. Okay. Wow, guck mal, so ein Tempel. Der sieht ja toll aus. Wow. Dann schreibt ihr mal eure Wünsche auf. Und macht mal ein Selfie. Und ein Selfie machen. Oh, 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 oh. Oh, nein, nein. Sie hat vorhin auch schon Quatschi gemacht. Und aktuelles Verhalten Maßregeln. Okay, die Linda hat gar nicht entschieden. Dann macht sie das ruhig. Der John hat nämlich entschieden, gesagt, hier, bitte kein Quatschi machen. Quatschi machen ist nicht so sehr gut. Genau. Aber hey, sie motzt nicht groß rum. Okay. Was macht ihr? Okay, was hast du jetzt gemacht? Du hast sie gewaschen. Okay. Zurück zur Stadt wandern mit seiner Partnerin. Was ist jetzt? Was macht ihr? Okay, jetzt hat sie sich wie ein kleiner Koala an ihren Daddy geklammert. Nimmst du sie jetzt automatisch mit? Wie cool. Nein, wie cool. Oh, oh, nein. Lola, ich habe es verpasst. Es tut mir leid. Wie cool. Jetzt gehen sie nach Hause spazieren, während die Kleine an ihm hängt. Und die Familie macht einen wunderschönen Familienausflug. Och, wie cool. Das finde ich cool. Das haben sie cool hintergeht. Schade, dass das in den anderen Welten nicht ist, wo man das auch machen kann. Dass man so eine Tafel anklickt und sagt, hier, geht mal zusammen spazieren. Wie cool. Das ist cool. Ich finde es nur lustig. Ich bin froh drum, weil da muss ich die kleine Mausi nicht nach Hause teleportieren. Aber, ach, Johnny Boy, jetzt hast du dein Make-up endlich verloren. Okay. Nee, ich fand es ein sehr, sehr schöner Familienurlaub. Ich hoffe, dass er dir auch so weit gefallen hat. Wir werden die beiden jetzt, die drei eher gesagt, noch mit nach Hause begleiten. Wir haben das ja schon mal gemacht. Damals meine ich, als er mit den Kleinen im Winterurlaub war, wo die Toddler, wo sie alle noch Toddler waren. Und dann werde ich den Abend noch ganz alleine mit den Sims verbringen. Ein paar Fähigkeiten aufbauen, gerade mit der Kleinen. Die Erwachsene ein bisschen erwachsener sein lassen. Was passiert jetzt? Nimmst du sie jetzt auch mit, während du aufs Fahrrad steigst? Bleibt sie jetzt trotzdem bei ihm hängen, wenn ich jetzt sage, hier, zur Unterkunft bitte gehen? Sag bloß, er fährt jetzt Fahrrad mit ihr. Nee, okay. Schade, jetzt ist sie doch dort geblieben. Schade, das wäre jetzt zu cool gewesen. Das wäre jetzt wirklich zu cool gewesen. Okay, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt von dir. Hoffe, die Folge hat dir so weit gefallen. Ich fand es, es war ein sehr, sehr schöner Urlaub. Du darfst bitte auch dein Fahrrad einpacken. Beziehungsweise der Linda ihr Fahrrad, bevor jetzt hier irgendwas passiert. Ich werde dir die Süßen jetzt zurückschicken in ihr Apartment. Der Urlaub ist eigentlich noch nicht offiziell vorbei. Aber ich werde den letzten Tag nutzen, um von der Kleinen ein bisschen die Fähigkeiten aufzubauen, die Beziehung dabei noch ein bisschen zu stärken. Ich werde hier ein paar Feste noch mal arrangieren, die wir dann feiern dürfen. Aber würde sagen, für die heutige Folge war es das dann. Die kleine Mausi steht jetzt doch noch hier hinten. Die ist jetzt, ähm, wo bist du hin, Schatzilan? Sie steht jetzt doch nicht mehr hier. Okay. Wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und freue mich dann, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.